Musik Hallo Leute, weiter geht's mit dem nächsten Finale bei der zweiten Runde der Hessenmeisterschaften. In der Klasse der Juniorin in Weiblich tritt an für die TG 75 Darmstadt in der Roten Ecke, Schaffnamen Assimi und in der Blauen Ecke für den Gastgebenen TSG Erlensee, Namira Höppner. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen da und abonniert unseren Kanal. Euer Team von Partnern der Rhein. Mike Ribeklein Maxi Guerts Aus Radiung Vielen Dank. 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 Vielen Dank.